alles offen lassen da ist aber auch genervt worden ist das jetzt schon 5.1 8 ja stimmt ja ist ja nerf alles ja ist 5.1 8 9 6b ja was wurde denn gebackt was ist denn jetzt stark so also die sind die sind alle noch stark die ganzen juggers galio gar nicht einfach die standard dann im rengar rengar nervt rengar 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 so far away rengar rengar ist da haltet die fresse mann maxim jetzt bekommst du essen voll geburtstag rengar rengar hat wirklich je genommen ab dem morgen mehr natürlich wird der nie und weißt du was du nimmst maximus weil wir die main bros sind du nimmst shen toplane alles klar alles klar jetzt eh du bist support können sie haben hier eure scheiße gut so gut supporten kann ja dann spielt maxim shen support ist mir egal ich kann auch schon support spielen ist auch ne wirkliche shen support ist geil oh lissandra kevin hey lissandra mitte ne deine mutter ist mitte klar ist lissandra mitte das sind alles e-counter bis jetzt ne das wisst du ja ich weiß oh 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 dann nehm ich jetzt mein main brand 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 ist dein main also ich muss sagen rice und und lissandra sind quasi mit das schlimmste was jetzt passieren kann aber gut dass die beide nicht genommen haben ich weiß wer von euch am meisten behindert ist du ich ich achso du ich bin jetzt shen alles ok aber ja nice aber shen support ihr bitches keine lister okay ist halt jetzt lulus support oder was könnt ihr mal hier alles da picken oder sowas aber ich weiß was ich hier spiele ich bin mal mega leise oder was ich bin auf einmal mega leise oder was ne mach ich ja wir den halt mega lau moment so emrede mal ein bisschen noch kann ich's einstellen moment ist okay jetzt ganz normal reden ok ich mache jetzt ein call djana ok also lulu mitte Ne, toppe, ja. Ich glaub, er hat Diana Mitte. Nee, die hat Lulu genommen. Diana Mitte? Die ist ne Jungler. Ich glaub, Diana ist Jungler. Nimm mal deine Mutter. Diana Jungler? Hast du nochmal, Konnummer? Oh nein, Alter. Alter, full AD. Jetzt muss ich einen P nehmen, ihr Wichser. Klammer. Wichser. Was für, Kevin, wird hier Folge für Folge umgeformt. Ich hör's euch, ey. Ihr Wichser, ey. Wir haben ein sehr gutes Knock-Up Team. Nimm Rise, oder? Ja, okay. Sehr viel Knock-Up. Scheiß auf Knock-Up. Warte, was gibt's da für AB-Bruser, der Knock-Up hat? Malfight, Malfight, full AP. Ja, ja. Ja, Alter. Komm. No Knock-Ups für Jay. Brauch ich nicht. Scheiß drauf. Ihr wollt mich absichtlich nur schlecht dastehen lassen. Oh, aber die haben Knock-Up. Die haben Lulu. Na, Malfight, da hättest Lulu nehmen können. Weil den hat wirklich jeder Knock-Up. Also ausnahmslos jeder. Ich will nicht mehr spielen mit Yasuo. Lulu ist doch gepickt. Naja, jemand andern. Ich will nicht mehr mit Yasuo spielen. Der Team wurde eben, der ist gepickt. Geiler Team kommt, Leute. Ihr wollt schon wieder, ihr wollt schon wieder so. Jawohl, jetzt mich kennen bitte. Ernsthaft? Ne, Leute. Das war letztes Mal lustig. Aber spring nicht jetzt auf den Zugriff. Mir wär echt egal. Mir wär echt egal. Also die haben uns hortgecountert. Ach, scheiße. Ich fick euch. Da das übern Shen kommt. Wir karrieren einfach. Maxim und ich carry'n. Nee, ich carry. Maxim Ultimate of Mech, bam. Flash rein. Mach einfach nur Ultimate of Jay. Jedes Mal, wenn er ne Ulti schafft, mach ich ne Ulti auf ihn. Okay? Ja, Mann! Ja, da kennst du Jay noch nicht so lange. Boah, Alter. Boah! Ey, ich werd hier geblamed ohne Ende für meine Ultra geilen Plays. Schicken Plays. Redet mal ein bisschen, bitte. Redet doch mal ein bisschen. Lalalala. 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 Poteet du nicht. Okay, neul. Nick, ich geb dir jetzt die epischen Anweisungen auszumachen aus Botlane. Du bist mir die epischen Anweisungen? Wird ich übel. Tauereiz. Juhu! So, Leute, seid ihr fit für eine neuen Runde Butchfrag! Yeah! Geil! Und das erste Mal ist Maxim dabei, der als Schokostecher. Yes! Und der hat nen Kaffee. Wir gehen rein, okay? Lecker! Ne, invade! Invade! Alter, da fällt mir auf, wir haben seit Jahrzehnten nicht mehr invaded, Ice Clarko. Invade! Ohne Witz, wir invaden gar nicht mehr! Ihr invaden nie? Nein! Also am Anfang haben wir das oft gemacht mit Blitzcrank, aber ja seit 10 Millionen Folgen nicht mehr. Kein Bock mehr auf die Kacke. Wir swappen heute alles. Alter, Junge! Halt dein Maul! Die immer mit ihren Kevins, Alter! Kelvin, hallo? Kelvin, da ist rein! Go, go, go! Kelvin, Melvin, scheiß drauf! Warte! Weiter, weiter, weiter! Immer weiter! Ab! Reiserie! Invade! Reiserie sind der Schnee, Junge! Gibt da hier nen Weltsong? Hier, warte mehr! Da ist er! Ja! Warte! 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 Hilfe! 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 Oha! Auf ihn, auf ihn, auf ihn! Jawohl! Und der Flash raus! Nice! Schön! Okay, nice! Keiner daher! Oh, 10 Gold! Oh, 10 Gold! Oh, 10 Gold! Wer hat die 10 Gold jetzt bekommen? Oh, 10 Gold! Wer hat die 10 Gold bekommen? Alter, da stehen jetzt Namen auf Tab! Da stehen jetzt Namen auf Tab! Der ist echt neu! Das ist ja der Shit! Oh, lol! Gott sei Dank! Endlich! Warte mal! Du willst oben, du, Jungle? Okay! Ach ja, stimmt! Wird nichts, oder? Schaffen wir jetzt noch? Ja, ja! Dann gehen wir runter, hier! Maxim, oder? Holt euch! Wenn ihr nicht Golems macht, alter unterbricht ihr! Sonst habt ihr verloren direkt! Ja, ich würde... Lass uns Wohle sagen! Ich hab zwar keine Wolfharkling jetzt aus, okay? Okay, wie wolltest du das jetzt machen? Weil Dexter macht das immer anders! Also es geht darum... Die Sache ist, wenn man Shared... Was soll ich denn? Nimm den... Hier Kevin tankt alles zu... Kevin nimmt den Dicken eigentlich und... Ja, aber zum Beispiel... Wir können Sharen! Wir können Sharen! Wir sharen, ja! Weil zum Beispiel Dexter meint nicht sharen! Es kommt drauf an, wenn du viel AOI hast, dann ist Sharon gut! Weil du... Weil du den Großen dann auch sharenst! Wenn wir viel was haben? AOI? AOE, Junge! AOE! Kannst du... Flächenschaden! Ja, ich komm, ich komm jetzt! Warte! Germany, we call it Flächenschaden! Fuckin Germany, we call it Fläch! Ha ha ha! Hups! Hatsch, aber ich war echt kein Inkiptaut! Wow, die trifft ja richtig geil ihre Kus, ey! Leck mir mal was! Weil das Witzige war, ich hab ihm gesagt, ja mit Kevin mach ich's immer anders! Und dann meint er, nee, das ist Quatsch! Und dann hab ich gesagt, ja wieso! Und dann meint er, ja Junge, bin ich LCS-Spieler oder Kevin! Und dann hat er halt recht, so! Hat er halt recht, so! Oh! Oh Jay, was machst du denn? Erstmal verdrückt! Erstmal verdrückt! Erstmal verdrückt! Und übrigens Leute, wenn ihr wieder so... Ich mein, man kann ja sich lustig machen, ist ja in Ordnung. Aber wenn er wieder nur über Jay so sinnlos und behindert herzieht... Macht, ist gut! Ist okay! Nee, ist okay! Nein, dann war das das letzte Kommentar, was ihr je geschrieben habt. Benehmt euch! Ja, das ist hier nicht Twitch-Stream! Doch! Nein! Schlimmer! Doch! Mach dich! Fläch mich! Ja! Stirb du Stück! Du Stück! Ja, äh, Maxim ist übrigens das erste Mal dabei! Ich komm gank! Brrrr! 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 So, du musst den Astian schnell! Ich, ich bin auf! Gut funktioniert! Soll ich Bottling kommen? Soll ich Bottling kommen? Miss, äh, Diana! Soll ich Bottling kommen? Soll ich Bottling kommen? Diana hat sich was gekauft! Versuch den Großen mal anzugreifen wegen deinem Schwert! Heizelich ein bisschen! Nein, ich schau ab! Wer hat die sich denn geholt? Wer holt die sich nen Dorans? Geht's der noch? Boah! Was ist das denn für eine? Nein! Dumme Kuh! Early Dorans, jo! Dumme Kuh! Du Ratzen! Die kriegt gleich einen ab, ey! Ja, zack! Die Dämonen verbergen sich unter uns, Leute! Auffassend! Ja, ich glaub! Ach, scheiße, man! Ich höre auch gar keine Kommunikation los! Weil die dreht... Ja, also die trifft sich... Die lässt sich auch von jeder Coup treffen! Ja, Bottling sind wir ein bisschen im Nachteil gerade! Da kann's stopp kommen! Keine Vault! Minimal! Minimal! Ja, Tevin... Tevin, ich komm erst mal hoch! Tevin! Hat keine Vault! Hat keine Vault! Denk ich! Jetzt geht da vielleicht Vault! Ja! Ach, scheiße! Dumme F***! Ups! Hastelio! Alles klar! Okay, Maxim! Der sagt ja! Ich muss halt mitmachen! Nee, nee, du musst nicht... Du musst nicht mitmachen! Doch, ich muss immer mitmachen! Aber wir müssen hier so! Schlitzen! Wie, 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 jetzt! Das wird gelastetet... Wie... ...of a party! Das geht ja mit sehr ab, jetzt! Wie auf a party! Wie auf a party! Wie auf a party! Für die letzten Schläge! Wie wird gleich einfach Rippen! Original! Zack! Hier, sechs Farm vorne! I mean, Maximilien, du hörst aber nicht Skype an, ne? Nee, ich glaub nicht! Also ich glaub hier ist noch kein Skype an! Ah ne doch... hier Skype drauf! Aber mach das mal aus! Biss nie an! Biss nie an! Kommt der Dino zu! der support der weiß es geht aber wir waren zum kassel ich mal also ich habe jetzt wieder da gibt es so was ist hier los oder was peter die diana nicht cool nicht cool die mama die mama mitte war dingens mitte war gerade dingens blobs wenn man zurück zurück der hier hast du noch hier hat nur geflasht und hast du hast du noch hier ich habe hier noch hier hat jetzt mich heim niklas menschen die ksd abo hier war ein wort übrigens aber ich wollte dann lieber flash raus scheiße der kurs ist fertig ja die dance da jetzt so ein sweeper aktivieren hatte über die disco die wollen zusammen tanzen jetzt geht's los ich habe gerade schon voll den puls gegen die das so ein paarungs jetzt haben wir halt echt sex okay dann ist gekommen wir gehen hause ich bräuchte mal ein bisschen schlitz power in der mitte weil ich da eine ist gekommen er geht nach hause ist der david chivera will man richtig alles klar bin gekommen ist mitte okay du bist fertig dann gehe ich haut rein das gute ist der nächste werte gewinnen wir übel zur sorte weil ich muss mal dran denken und keine ahnung mitte immer noch ist irgendwie back oder so hat sich verpisst die wurz jetzt jetzt hier sind wir jetzt noch aber da kriegt man echt ein schiss ab nicht als er sich das heißt immer noch die war die gefahren mal mag ich ja da mit zu groß scheiße vergesse jetzt habe ich verkackt Ich halt... Bleib mal draußen, Jungs. Tag. Multi-Arp. Die Kellis hat schon zwei Kills, ey, das tut mir gar nichts. Der Tower fällt hier jetzt gleich, oder? Was? Ja, kann ich nicht sagen. Ja, die sind die ganze Zeit da pushen gewesen und Kellis da haut die ganze Zeit aufs Maul. Nur. Es war zu viel Damage einfach. Oh, der ist hier. Verpiss dich, Alter. Kevin hat doch noch keinen King-Zone. Ja, der geht halt, was soll er zu? Nein. Drei Dorans. Wenn ein Spieler nicht sterben möchte, dann stirbt er. Da ist ein Ward. Ist immer noch Mist, pass auf Mitte. Kevin ist schon Level 6. Der Malfoy jetzt... Wo ist Mitte 6? Der geht jetzt ganken. Nein, Malfoy doch. Alter, die geht auch noch im Air und alles, Alter. Der Malfoy geht in Paul? Scheiße, Flashes in der Mitte von mir raus. Kannst du das übernehmen? Der hat da gewordet. Achso, hast du. Alter, ich habe richtig Angst vor Kalista einfach. Komm, du komm mal wieder mit den Wegweinen. Ohohohohohohoho Flash-iff. Heilt ihr die Mauern! Die können mich halt da übertragen, obwohl die hat keinen, wir. jetzt ist natürlich gerade hart gegen das scheiß diana in der mitte geht wohl bot lane und diana auch ab jetzt gehört ja ein bisschen ein bisschen sehen wir noch aber außer die schlechten sich über deinen weg lang oder die geht man die drag der botland fehlt auch gerade nicht mal die mann teleport die waren einfach weg hier das war ich jetzt hier ist mal vorsicht der könnte runter kommen auf jenna einfach malfeld ist portland kommt portland oder wird du musst gleich die hände in die schilden da macht das nicht okay jetzt wird es gefährlich du hättest dir dasselbe soll miss mitte mein leben kommt bot lane kommt bot lane die kommt bot lane die diana kommt bot lane pass auf weg 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 komm nach vorne nicht ich pushe lieber dann lasst maxim stemmen das ist dann mit laner ja ohne witz ja jetzt sind beide tot ja dann push jetzt durch alter du hättest direkt mitkommen müssen damit sie drückt damit sie sich dreimal überlegen ja schade vielleicht hätte ich das tun sollen zwei kielst du diana schade schade er hat sie sich schon vorher hätte ich da in der stelle mehr mana gehabt hätten wir beide bekommen also erst ärgerlich ich hatte ich hatte noch kein schade ich meine sechs sekunden cooldown ja also von diana weg zu kommen ja nicht der erste war nur ein gap closer der war nur zum teil ja ja na klar scheiße man geh mal weg diana kannst versuchen außen rum zu kommen ja 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 können wir drachen machen für mein ding wollen wir drachen machen warte ich ging mal top lane und dann machen wir drachen ok ok hat er gratis ja der letzte geht diana kommt wieder hinterher diana kommt ne doch nicht ok nicht cool nicht cool nicht cool geht weg ich komme ich komme ich komme lol oh hast du dich gesehen oder das der ne nicht so schnell können wir jetzt drachen machen alter jetzt kommt Leute ja ja ich pushe ihn raus ja warte und hole ich vor nur blubuff ja die sehen uns vor die wissen alles ich kann grad leider nicht back gehen ich brauche den drachen ich auch ich bin der fluss oh leu oh leu hilfe 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 da steht kein flash weißt du noch flash oder irgendwas ne ich hab kein flash was für ne scheiße ja da ist auch back ja ohne wischen dann darfst du nicht so weit raus wenn die gefeiert sind na sorry mein Fehler äh komm mal egal wie man trotzdem braucht aber ich geh ich hab die abfallsache wollen wir die jana versuchen ja so hab die easy go 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 so flash don't give him ja kein flash ja die will mich bursten wir machen die doch im late game doch usles weg und mehr steine ja komm ich komm 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 das war ein richtig fettes bad luck ah die machen drake mit drei ghosts danke danke maa la la danke auch die arne die hat kein maler die hat kein maler wir schätzen die durch ja dann jawoll da sind wir wieder oh die haben drachen ne ich hasse die und die spottling kommt hau ab 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 ja da kann ich ja jetzt kannst du runter gehen alles klar geil du bist zu spät umgedreht wärst du er hättest du sofort weg ja ich werde ich sofort gestorben und einem tower ne dann hätten wir einen halten können mit deinen spells ich bin ja auch da ach warte mal ich kenne ja auch als es ist oder in der nähe ja muss man pass ist hier holen wo sind hier die Hurenkrabbe ich weiß 6 oder halt ne im Scheißling so ja ich geh ein bisschen warten das ist doch schön läuft doch gerade jana kommt jana kommt jana kommt top oh go 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 ne 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 reagier doch kalista kalista jana ist der junge hält doch nix aus der wär instant geplatzt weil jana auch top lane rotiert ist ne mit dem jana schild hätte ich schon mal aber doch nicht oh lol da waren und nichts sind ah leute ex-max es ist einfach nur nicht roth jetzt einfach nur nicht die 16 jahre alten reaktionen es ist nämlich zu alt ist doch gut ist von diana bestimmt Diana Diana können wir was machen wollen die jetzt euch weg also die die aber das schaffen wir niemals live ich habe keine kurs der hat die vor der mail ja sage ich habe zu mir oder kommen welche da kommen welche ich habe es nicht überlebe ich nicht ich habe schon alle kurs alle w ist alle kurs von er war ja war ärgerlich das ist die recht schnelle von oder grad war ich wollte gerade machen man hat gehört ja immer wenn man sich wählt okay ich sehe es als challenge leute dass ihr so krass einfrieden das sehe ich als challenge ist gar kein problem ich sehe ja kein problem für den max ich will hart was auch wieder ich sehe es nicht oh 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 jetzt kommt die ulti doch nicht glück gehabt man ist noch da ich bin ich gerade dabei ist ja nicht dass wir keinen noch haben wir aus hoheit ist egal da steht einfach am berg alles klar maufheit steht einfach in der fucking ecke in der fucking ecke hier hier ist ein wort und hier steht da immer noch ich habe es gerade ein bisschen angst bekommen er ist nicht mehr da der lucia rino die haben keine wischen alle müssen mehr verkehrt burschen ja ich kann ja die wollen und ein paar wir kommen pass auf was auch was auch da waren Kalista rotiert nach oben Mal wieder runter Als ob man das... Die hocken da drin und wollen... Okay, okay Leute Es geht los, pass auf, pass auf Eröffnen können die eh nicht Ich geh rein, da komm, 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 komm Okay, go, go, auf Kalista, Kalista, Kalista Teleport, Teleport Diana, Diana, Diana Kalista ist wieder da Kalista oben Kalista, Kalista... Oh, Alter, geschlitzt, aber wie? Oh mein Gott, ich hab alle weggefickt Yes Drache, Drache, Drache Drache, Drache Alter, meine Fresse, ich zitter wie ein Aal War das geil War das geil Alter Vater Alter, ich hab einfach mit dem Q Alle gefickt, Alter Ich hab einfach über die Wand geflasht und auch jeden getornet Ja, die waren komplett wehrlos, die Jungs War doch gute Calls Direkt, äh, gutes Shot-Calling von mir, muss ich sagen Ja, Max... Es war auf jeden Fall einer der Top 10 der Wutzfrauen, denke ich Ja, Alter, sie ohne Bram und, äh, Haluri waren Ja, deswegen ja Ja, denkst du, es kommt mit denen, oder was? Ja, pass auf mit Oh, ich hab halt 30 Stacks So, okay, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder Hart dabei, hier Komplett am Fahrt Keiner fickt mit uns hier Ficker Ich wollte das Early-N-Biss mit uns Hatter gestalten, deswegen hab ich 0-3 reingefiedelt, easy Ah's klar Also hast du gehalten Nur für euch Nein Na, nach, nein, davon wein ich das nicht So Mitte muss jemand halten, jetzt mal Die kommen jetzt da reingeballert Ich hab leider nicht so viel Leben Aber... Also, es gibt nicht viel Gold, oder nicht? Ich Ich? Die kommt top lane Ja, ich hab 2.000 jetzt Ich meine, die Krabbel, 2 top lane Kann jemand top lane gehen? Obwohl Schenold ist ab, ne? Oder? Ja Ich hab Schenold, ja Aber, wie gesagt, Schenold zackt halt brutal Naja, brutal nicht, aber So Top lane, ja Ich brauche beide Lager Ich komme so vorbei Ja Nee, wenn irgendwas ist, dann ult ich dich, ne? Ich hab aber kein, ich hab aber kein nix auf Also gegen Kalister Dann dauern dein Devora noch Max Äh, noch 2 Camps Die kommen alle wieder hoch Oh, okay, ne, 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 ne Ich weiß nicht, wo die alle sind Dazu gar keine Willis, der Mittel Die gammeln da überall rum, die verpassen übel viel Farben und machen nichts Hier ist ein Malfight, ne? Könnten jetzt dann da irgendwas in der Mitte machen Die wurden hier alles Die Dieb werden hier alles Oh Achtung Top, 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 top Top, top, top Okay, dann pushy's bot lane Die sind alle top, die sind alle toll Ich push bot lane Ja, push einfach bot lane Wir traden einfach da oben So, wer ist eh low Lass einfach mit der Rotten, komm mal alle mit, alle mit Alle mit, alle mit Pass auf, die sehen uns hier überall Ich bin hier gut Ja, passt, egal, lass uns Nee, nee Mach' flash Ey, das Ding ist geht rein Okay, ich werd' abgebrochen Ich schätze mal, ich bin tot Wohl noch kann ich flashen Oh, er hat geflasht Oh, er hat geflasht Oh, du kommst doch Komm mir irgendwie entgegen Kannst du irgendwas machen Hast du gesehen, wie geil meine Weh war? Hast du das gesehen? Ja, ja, die Blame ich noch einmal in der Mitte Push mit der, push mit der Push mit der, push mit der Nee, die sind ja alle Die sind alle hier Ja, ja, aber Nick muss schnell weg Ja, ja, ne Alles raus, alles gut Sehr gut Alter, das war richtig low Die haben nichts Push, 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 push Die verlieren übel Ich hab auch schon mit dem Backport angefangen Bevor der Turm down war Okay, Malfall ist hier Will fight Da kommt Diana Pass auf Pass auf Pass auf Pass auf Kommt du mit? Kommt du mit? Ah lol, jetzt kommt der trasier Der Stunt, bam, weg So, ich mein's das kennen, dann hab ich die Bora Oder ist ein Pinkbot? Ey, helft mir mal kurz Oder achtet auf meinen Kopf Auf irgendwas Die brechen jetzt wieder in der Mitte durch Ich hab die Bora 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 Wir haben aber Kennen Old Und ich hab die Bora Ich hab die Bora Ja, hier ist auch noch ein Ward Ich weiß, wir ins Riefer Okay, hier Okay, hier Wo ist ein Ward Hier, der geht da hin Der geht da hin Nee, nee, passt auf Ich bin erstmal weg Ich hab viel Money in der Bank Okay, passt auf Hier sind Bot-Legs Max, Max, wo war ein Ward? Äh, da bei unserem Hier ist auch eins Ja, da, mach lieber da und da Ich hab das Ja, also weiß ich Die zwei Bücher Ich hab die Pins Bereichssekunden, Alter Und dann vielleicht auch noch Oh, das wird so geil Ja, aber ich hab meine 3 oder AP Der Top-Lane, Top-Lane, Top-Lane Hat die auf dem Minion gefordert Du kannst fragen Ja, die hat auf Minion gefordert Na, mein Schade ist der Basis, die wird gerade Nice Nice Lois Aber der hat den Turm bekommen Ja, ja, die hat aber auf dem Minion TP Very nice Oh, Mitte Mhm Kalister ist halt immer noch immer strong Wir haben keinen richtigen Storm Außer im besten Fall Wollen wir fighten? Wollen wir fighten? Dianascoot Dianascoot, Kevin hat TP Warte, ich komm einfach so Wir können auch den Malfight, Alter Der Typ ist äh, Papier, ja Wir gehen einfach mitte mal durch Und können auch Dive Ich hab's auch keinen Dive lieber anlegen Oder? Wenn du Flashdown hast, dann gib ich Einfach auf die Kalister Ja, hier, hier, hier ist Malfight Oha 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 Jetzt kann man das Schad Jetzt können wir ich da sind Kann Barron ganz schnell machen Bitte die Kalister Flashdown Nach dem Turm können wir ich daran ansehen Aber so viel Damage Na, wir haben das Barron machen Haben wir einen Sweeper? Sonst können wir auch beten Ich kann auch einmal Sweepen Ja, hier ist keiner noch Wir wissen halt nicht Wir wissen halt nicht, ob wir den Baron geworden haben Okay, ich geh mal mitte so, als ob die save sein können Ja, ich musste die gleich holen Ja, ich musste die gleich holen Oh Leute, das passt Das ist okay Warte jetzt Warte jetzt Wir können jetzt Barron, oder? 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 Die werden halt immer wieder Schiss haben Okay Hoch, als gar Dein Leben geschwitzt Das wird, äh Das wird, äh Hier geht's Ich sterbe das Team Du bist übel die Muschimann Ja, ich mach Balls Also erstens, warum meine Chaos riemen Geht so So wirst du uns nie dann casten können, wenn wir so scheiße landen Irgendwie nicht hier Balls haben Go, 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 go Ob die Kalister Oh, 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 oh Oh, das war cool And hit RIPPIN NEEEEEIN Dragon, Dragon, Dragon Oh no Oh no Alles klar Ciao 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 Was für Oberlisten Ciao, mach, mach, mach Ich muss mal sagen Bis morgen Ich weiß nicht, was so schwer an Ranked ist Ich weiß auch nicht Also es ist einfach Ihr müsst einfach das Main fühlen Ja 7-2 Die konnten ja nix Wer hat die meisten Assists? Guten Abend Alter, ich hab nicht fast sogar mehr Jetzt seid mal kurz ruhig Ich möchte gerne die Zuschauer verabschieden Oh, okay Leute, ich bin Vollstrecker Hallo Guten Abend Tschüss